Hallihallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu meinem neuen YouTube-Format. In diesem Format hier kau ich mit euch das Alphabet durch und werde mit euch über Sachen sprechen, die uns allen im täglichen Leben voll auf den Sack gehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich einige Leute bei manchen Themen auf den falschen Fuß erwischen könnte, aber ich werde mich bemühen, meine Meinung ordentlich auszuformulieren und der Rest wird dann in den Kommentaren diskutiert. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Buchstaben A. Wie Arche Internets. Intro. Yo, die Arche Internets, wie kann man sie zusammenfassen? Satireforum? Wollen das Wort Gottes auf extreme Art und Weise verbreiten? Legen sich hin und wieder mit bekannten YouTubern an? Beleidigen dabei alles Mögliche aus dem öffentlichen Leben und lehnen sich dabei manchmal viel zu weit aus dem Boot? Pardon, aus der Arche. Ich habe ja vor etwa eineinhalb Jahren schon mal über die Arche Internets berichtet. Damals hatte ich eine kleine Fede mit ihnen am Laufen. Und zwar lautet das erste Kapitel, wen der Herr hasst. Künstler, Fahrradfahrer, Bewohner der Ferroir-Inseln, Jugendliche, Hundebesitzer und andere Hexer. So haben wir zum Beispiel Kapitel über den Hass-Prediger Gronkh, über den Unruhestiftern LeFloid, über den Teufel in Person Julien's Vlog und auch über Fräulein V-Protokoll, a.k.a. Mrs. Vlog. Um die Zeit nicht vollends zu vergolden, lese ich neben meine Bibel. Seitdem haben sie nicht mehr allzu viel Aufmerksamkeit von mir bekommen und deswegen neigen sie dazu zu übertreiben. Und ich erzähle euch jetzt mal, was ich damit meine. Das letzte Mal, als ich persönlich mit ihnen zu tun hatte, war Anfang des Jahres, als ich meinen Unfall hatte. Für die Neuen unter euch, Anfang des Jahres bin ich mit einem Röhrenferl in seiner Hand über eine Treppe gestolpert und mit der Hand durch eine Glastür gefallen. Ich bin damals daran wirklich fast verblutet und hatte eine einige Monate lang schmerzhafte Heilungsprozess vor mir. Leider lässt sich das Material dazu nicht mehr auffinden, aber ich garantiere euch, dass das, was ich euch jetzt erzähle, damals wirklich so passiert ist. Kurze Zeit, nachdem ich euch damals auf Twitter mitgeteilt habe, dass ich im Krankenhaus liege, hat sich irgendein Spast von der Arche Internets bei mir gemeldet, auf Twitter wohlgemerkt, und hat mir geschrieben, dass er es schade findet, dass meine ach so schmutzige Du-Röhre-Seele nicht in der Hölle gelandet ist. Boah, Alter, fick dich mal! Es gibt Satire und es gibt Satire! Wisst ihr, wie sehr es mich damals angekotzt hat, im Krankenhaus zu liegen und so eine Scheiße von so einem Idioten zu lesen? Aber das ist noch nicht das Einzige. Die schreiben weit mehr so einen Mist. Aber scrollen wir doch einfach mal über ihre Facebook-Seite, von der ich übrigens ein sehr, sehr großer Fan bin. So, hier haben wir sie schon. Leinenzwang für Kinder und Jugendliche. Frauen, das Lachen verbieten. Der Herr hasst Italien. Ah, da haben wir es! Die sogenannte Eiskübeltaufe, unredlich Eisbucket-Challenge, wird derzeit von tausenden Menschen weltweit genutzt, um sich öffentlich dem Satan zuzuwenden. Treten wir als Christen gemeinsam dagegen auf. Wow, die Arche Internets redet nicht nur total viel Unsinn, sondern die ist auch noch verdammt böse. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sollte nun wissen, dass diese ganze Aktion für einen guten Zweck war und die Arche Internets will das verbieten, weil sie es böse findet? Das will ich jetzt aber mal genauer wissen. Geehrte Gemeinde, in letzter Zeit schwang sich der Satan wieder einmal von seinem dunklen Thron, um Hass und Zwietracht unter den Menschen zu sehen. Bla, 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 jeder zweite Mensch auf der Welt macht die Eisbucket-Challenge und die kommt vom Teufel. Ungeachtet jeglicher möglicher Konsequenzen spazierte ich heute Mittag erst durch die Straßen eines kleinen löblichen Dorfes. Da sah ich plötzlich drei Knaben in meinem Alter im Vorgarten stehen. Hurra, dachte ich doch. Lustig, lustig, kann man viel Spaß haben mit diesen Knaben. Mit jedem Schritt, welcher mich subtil näher zu den dreien brachte, wurde mir immer mehr bewusst, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht richtig lief. Einer der Knaben, nein, 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 trug nichts als eine braune Unterhose am Leibe. Schockiert sprang ich über den Zaun und schmetterte ihm mit Schmackes meine Rechte gegen die Backe, auf das er dieses unsüchtige Auftreten bedauern möge. Meine Muskeln zur Schau stellen, fragte ich die anderen Knaben, der von mir gezüchtigte weinte qualvoll, was hier vor sich ginge. Ei, 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 erst da erblickte ich den Eimer Eiswasser. Nein, 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 nicht, dass dies alles nur zur Ehre des Antichristen geschehe. Nein, an jeder, der bei diesem Quatsch mitmischt, unterstützt damit die ketzerische Forschung zur Heilung von Gottes Strafen. Ist das geil oder was? Sorry, aber spätestens hier sieht man ja, dass es fake ist und jetzt kann ich einfach nur noch drüber lachen. Wie gesagt, sowas ist ja auch vollkommen okay. Nur wenn dir irgendwelche fremden Leute auf Twitter anschreiben und denen den Tod an den Hals wünschen, finde ich das irgendwie nicht mehr so cool. Also, wenn ich schon mal drauf war, habe ich noch ein paar andere Beiträge überflogen. Unter anderem den Titel Meine Frau ist schwanger und bekommt ein Mädchen. Haben ist ja einen christlichen Namen für sie. Ich selbst habe dann erst damit gerechnet, dass dann so Namensvorschläge kommen von so Namen, die so vor 500 Jahren benutzt wurden. Aber es kam wesentlich geiler. Die Leute vom Forum haben den Mann dann angeprackert und zur Hexerei beschuldigt, weil man ja gar nicht vor der Geburt wissen kann, ob es nur ein löpiger Junge wird oder ob er mit einem Mädchen bestraft wird. What? Steht das da echt? Bei denen geht es auf jeden Fall immer richtig ab. Jetzt möchte ich aber mal von euch wissen. Gefällt euch dieses Format? Soll ich damit weitermachen? Zeigt es mit meinem Format des Daumenhochs oder Daumenrunters. Was ist denn eure Meinung zu Arche Internet? Und welche Dinge mit A gibt es noch, die ihr total ätzend findet? Die besten Kommentare davon packe ich übrigens beim Buchstaben B in die Endcard. Die sieht übrigens so aus.